ok die situation entschärfen wir sogar wieso auch in diesem gebiet doch das wird ja wohl heute spaß sein na gut aber na ich wollte nicht alle missionen da ist jetzt kann nichts na gut das heißt anrufen bei uns jetzt nicht mehr weil die mission an sich nicht mehr ganz so aktiv ist damit sagen wir mal dieses die neuen bg diese gesucht aufgabe ok na gut das war ja das war ja relativ leicht jetzt die mission eben aber gut ist ja auch nun ist ja auch nicht so ein hohes schritt jetzt da ist normal ist ein bisschen leicht sind er kann auch gleich oder ist denn wir sind ja jeder nein doch und ach ich kann wenn er schwer wird er schon anbeißen weisen weiten weg schwimmen und tötet den kommentanten mit einem messer attack down ja okay alter drei stück warte noch das kann ich immer noch machen und habe schon mal drei was macht doch nein ich wollte eigentlich 11 machen aber nein natürlich macht er es nicht warum auch ja wow natürlich der sniper natürlich der ja wow ich wollte eigentlich was anderes machen aber das spiel hat man sich angezeigt die funktion danke spiel als normales was das war normal ist ein tempel ich habe alle drei erwischt das war ein normales sniper ja danke spiel weil ich wollte einen dreier tag dann machen aber nicht spiel dazu lass mal ich weiß nicht wieso aber ich weiß so ich weiß ich hjälpte ihr denkt ihr seid ihr die herrscher nein ach gott heute wird so sauer sein wenn ich bin wenn alle tot sind muss heute aber verkraften diese kack hitze das einschuss abgeben nein nennen ich würde mich gut du kannst dich ja nicht verstecken nicht zu weit zu warten nein komplett runtergerutscht doch nein 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 was soll denn das junge mensch ist der behindert oder was dann darf das gesehen hast du nicht mein freund du bist allein ich fand eine notiz sie treffen sich in ein paar tagen dann findest du die liste bei dem treffen das muttert mich wieder auf in der zwischenzeit weil ich wieder mal setzt denn jedes mal anderen muss wenn man das einmal so wie viel war ich 109 waren das ich habe da was zu klären sieben stück der 1 2 3 4 5 8 8 10 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 14 20 15 15 16 16 20 20 21 21 21 20 Untertitelung des ZDF, 2020 Soo Hummel, jetzt ist sie gelickt, dann hat er acht, dann hat er acht, passt doch besser, ne? Es wäre ein sechs, sechs zu beide Da 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 Dann können wir halt dieses andere Ding auch reinnehmen, das wäre auch noch ganz geil Ah, ist die ja irgendwo unten, ne? wo ist da unten na gott dann werde ich mal suchen bin ach jetzt ist das neue lager wenn wir im verdeckten den den snapper von den snapper spüren und alles dort und alles dort ich finde ich finde lack ab oder und tschüss und tschüss fröhlich bin ich habe doch keine ahnung sterbt wie fliegen danke so ohne werde ich damit ohne irgendwie zu tun nächste außenposten und das soll diese sniper es war ausgeblutet eine neue mission der schulekt ich wollte schon sagen ne Ah, okay. Wir sind wieder rein und viel Spaß mit dem. Aha. Noch zwei Stück bräuchten, haben wir das auch. Da würde ich sagen, ich habe Waffen. Kein Grund zur Sorge. Naja, kann man damit umgehen. Zwei Bären haben einen hiesigen Farmer getötet. Ihr habt ihr gesehen, mit einem der Schroffende. Okay, mache ich. Kein Problem. Schade, das ist nicht mehr näher. Na gut. Ähm. Na, mein Kumpel. Ausgeblutet. Auch eine schöne, spannende, spannende Nebemission. Ich glaube, das ist die letzte, ne? Ne, ich finde noch eine. Dann kommt noch eine Einzige. Ab was für der letzten, was ich mir letzten Waffe, äh, ja, ne? Was für der letzten Waffe das auf sich hat. Ich hoffe mal, dass ich über die Türme später freischalte. Ich muss ja, ich muss mir, äh, wenn ich, äh, nachher vielleicht bin ich mit zocken, da muss ich unbedingt, ähm, mal eine Liste mir raussuchen von allen Far Cry drei Waffen. Und dann mal gucken, welche ich davon nicht besitze. Ob das jetzt... Und dann gucken, ob das irgendwie ein DLC ist, die scheiß Knarre, oder ob das... Jetzt irgendwie... Ach geil, ich kann dich spaß hier benutzen. Haha. Aber es ist ja geil. Es ist nicht gut, dass man hier so ein bisschen... Ich hätte euch schon mal mit der Machete gekillt, ne? Insofern... Jetzt wird da Spaß. Hey, mein Freund, ne? Ja. Ja, aber... Ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheiß wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das montert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Grüß mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Ich hab da was zu klären. Ja.